Ist das Universum unendlich? Weil der Mensch eben als denkendes Wesen so ist. Was würdet ihr in so einem Moment tun? Diese Antworten wiederum sind die Kehrseite einer kausalen Medaille. Würde euch das tatsächlich zufriedenstellen? Ihr merkt, das ist ein Widerspruch in sich. Einfach gesagt, 1 durch unendlich ist 0. Aber 0 mal unendlich ist und kann niemals 1 sein. Und die argumentative Stärke des Islam auf der einen Seite, genauso arbeitet unser Gehirn in allen Bereichen mit induzierten, abstrakten Verständnissen. Ist das Universum unendlich? Genau dieser Fragestellung widmen wir uns heute, geliebte Muslime. Nun, die Wissenschaft hat sich vor allem in den letzten Jahrhunderten sehr, sehr schnell weiterentwickelt. Mittlerweile können wir mit Menschen sprechen, die tausende Kilometer entfernt sind. Wir könnten an das andere Ende der Welt reisen und das nur in wenigen Stunden. Egal ob auf Land, See oder in der Luft. Man hat also das Gefühl, als ob durch diese technologische Entwicklung auf einmal der Mensch die totale Kontrolle hat. Und das ist im Weltall nicht anders. Denn mittlerweile kennen wir Planeten, Sterne und viele andere Himmelskörper, die der Menschheit früher ganz unbekannt waren. Oder besser gesagt sogar Phänomene wie schwarze Löcher und so weiter. Und damit aber nicht genug. Wir kennen sogar ihre Beschaffenheit, ihre Entfernung zu der Erde, auch wenn es Lichtjahre sind und viele, viele andere Dinge. Und obwohl die Menschheit das Weltall so sehr ausgeforscht hat, ist bis heute kein wahrnehmbares Ende in Sicht. Also hat man sich die Frage gestellt, ob das Universum überhaupt ein Ende hat oder ob es nicht einfach unendlich ist. Mit diesen neuen Erkenntnissen haben sich dann viele Physiker, Mathematiker und Astronomen genau eben dieser Frage bzw. genau dieser Möglichkeit gewidmet. Und mittlerweile grenzt es für viele Atheisten an Gewissheit, dass das Universum tatsächlich unendlich ist. Wenn also das Universum wirklich unendlich sein sollte, dann bedeutet das eigentlich für alle Theisten, dass sie ihren Glauben an Gott bzw. ihre Überzeugung an die Existenz eines Schöpfers aufgeben müssen. Denn wenn man sagt, dass das Universum unendlich ist, dann heißt das ja, dass das Universum zeitlich und räumlich unbegrenzt ist. Also von beiden Aspekten her, anders ausgedrückt, sagt man damit aus, dass das Universum schon immer da war. Das wäre die zeitliche Unbegrenztheit. Und man sagt auch aus, dass das Universum kein Ende hat, also unendlich groß ist. Und das wäre dann die räumliche Unbegrenztheit. Wenn das wirklich so wäre, dann gibt es logischerweise auch keine Notwendigkeit für einen Schöpfer, der das Universum hervorgebracht hat, da es ja schon immer da war. Weil wir sind ja gerade eben auf die zeitliche Unbegrenztheit eingegangen. Auch kann es, wenn wir davon ausgehen, dass das Universum unendlich ist, gar keinen Schöpfer des Universums geben, weil das Universum unendlich groß ist und es damit nichts anderes außer dem Universum selbst geben kann. Ihr merkt also, für einen Menschen, der von der Existenz eines Schöpfers überzeugt ist, der das Universum hervorgebracht hat und seine Existenz sicherstellt, ist diese Frage eine Herausforderung, der man sich unbedingt stellen muss. Deshalb werde ich in diesem Video, inshallah, genau darauf eingehen. Okay, zunächst einmal möchte ich mich aber damit beschäftigen, warum sich Menschen diese Frage überhaupt stellen. Und die Antwort darauf ist relativ einfach, weil der Mensch eben als denkendes Wesen so ist. Was genau meine ich damit? Lasst mich das mit einem anschaulichen Beispiel erklären. Stellt euch vor, ihr legt euch nachts in euer Bett und schlaft ein. Als ihr dann aufwacht, seid ihr aber nicht mehr in eurem Schlafzimmer, in eurem Bett, sondern in einem Zug, der sich bewegt. Ihr seht andere Menschen, die ebenso in diesem Zug sind, sich unterhalten, essen, trinken und sich amüsieren und so weiter. Ihr nehmt auch wahr, dass in eurem Abteil Frühstück für euch vorbereitet worden ist und vor euch liegt. Es wartet förmlich nur darauf, von euch tatsächlich gegessen zu werden. Und meine Frage an diesem Punkt wäre, was würdet ihr in so einem Moment tun? Würdet ihr einfach anfangen, dieses Frühstück zu genießen? Oder würden euch die Fragen nicht loslassen, die sich ganz offensichtlich einem jeden von uns stellen würden? Warum bin ich in diesem Zug, obwohl ich doch gestern noch in meinem Bett eingeschlafen bin? Wer hat mich hierher gebracht? Wo fährt dieser Zug überhaupt hin? Was soll ich überhaupt tun? Das sind doch wirklich die wichtigen Fragen, die sich jeder vernünftige Mensch stellen würde in so einer Situation. Und jetzt stellt euch vor, ihr konfrontiert die anderen in diesem Zug mit genau diesen Fragen, wobei jeder, den ihr anspricht, den Fragen ausweicht und sich nicht wirklich damit beschäftigen will. Würdet ihr sagen, dass dieses Verhalten von ihnen vernünftig ist? Oder würdet ihr euch vorkommen wie, ja, in einem schlechten Traum? Ich denke eher, das Zweite ist hier definitiv der Fall. Nun, worauf ich mit diesem Gedankenexperiment hinaus will, ist, denke ich, allen klar. Der menschliche Verstand ist darauf getrimmt, kausale Zusammenhänge festzustellen. Ich meine, anders ausgedrückt, gibt mein Verstand keine Ruhe, bis ich nicht zufriedenstellende Antworten auf die genannten, grundlegenden Fragen gefunden habe. Bis ich herausgefunden habe, warum ich in diesem Zug bin und wer mich da reingesteckt hat und was er damit bezweckt und so weiter und was ich im Generellen damit zu tun habe. Diese Antworten wiederum sind die Kehrseite einer kausalen Medaille. Ich nehme nur die eine Seite dieser Medaille wahr und zwar mich selbst und den Zug, die Menschen und so weiter. Die andere Seite der Medaille jedoch nehme ich nicht wahr und zwar die Ursache für alles, das mich umgibt und für die Situation, in der ich mich befinde. Ich weiß aber, dass es eine Ursache dafür geben muss, ja, muss, nicht kann, sondern tatsächlich muss. Was es auch immer aber sein mag, denn mein Verständnis von der Existenz selbst lehrt mich diese unumstößliche Tatsache. Würde der Mensch nicht nach kausalen Zusammenhängen suchen, dann wäre er wie ein Tier, dem es egal ist, unbedingt Antworten auf die genannten Fragen zu finden. Das Tier würde einfach seinen Instinkten folgen und die Nahrung, die ihm in den Zug serviert worden ist, ohne irgendwelche Hintergedanken zu sich nehmen, wenn ihm danach ist. Nun sind wir aber keine Tiere und wenn wir dieses Gedankensperiment weiter fortführen, dann ist in der wirklichen Welt der Zug das Universum selbst. Neun Monate lang befindet sich ein jeder von uns im Normalfall im Mutterleib und ist dann plötzlich da. Genauso wie im Beispiel müsste sich also jeder vernünftige Mensch die Frage stellen, warum ich plötzlich ein Teil dieses Universums bin. Wer hat meine Existenz verursacht? Soll ich im Zweck? Und was habe ich in diesem Universum zu tun? Das sind die existenziellen Fragen, die sich jeder Mensch früher oder später unweilig stellen wird. Da, wie gesagt, der menschliche Verstand nicht anders kann, als nach kausalen Zusammenhängen zu suchen und erst dann Ruhe gibt, wenn eine zufriedenstellende Antwort gefunden worden ist. Oder aber, und das ist die zweite Möglichkeit, ich verdränge diese Fragen und gleiche damit den Menschen im Zug, die ein scheinbar unbeschwertes, aber illusorisches Leben führen und vor den wirklich wichtigen Fragen, die mit der Existenz selbst zusammenhängen, ja, tatsächlich fliehen. Nun, wenn wir aber nicht vor diesen Fragen fliehen und uns zu den Vernünftigen zählen dürfen, dann werden wir feststellen, dass uns die Suche nach der Ursache für die Existenz des Universums vor drei Möglichkeiten stellt. Erstens, das Universum ist unendlich. Es war schon immer da und ist im Grunde genommen nicht verursacht. Es gibt also gar keinen kausalen Zusammenhang, bei der das Universum die Wirkung ist. Zweitens, das Universum hat sich selbst hervorgebracht. Es ist also Ursache und die Wirkung zugleich. Und die dritte Möglichkeit wäre, das Universum wurde erschaffen. Es gibt also eine externe Ursache, welche das Universum hervorgebracht hat. Das Universum also ist in diesem Fall die direkte Wirkung dieser externen Ursache. Und in diesem Video, inshallah, werde ich auf die erste Möglichkeit eingehen, also auf die Behauptung, dass das Universum unendlich sei und damit keinen Anfang und kein Ende habe. Bevor ich aber inshallah richtig durchstarte, möchte ich zuallererst an dieser Stelle anmerken, dass ein Paradox erscheint, nach einer Ursache für die Existenz des Universums zu suchen und dann meint, die Lösung in der Behauptung gefunden zu haben, dass es gar keine Ursache für die Existenz des Universums gibt. Um das mal in ganz verständlicher Form darzustellen. Stellt euch vor, ihr kommt nach der Arbeit, nach der Schule oder von der Uni nach Hause. Ihr öffnet eure Haustür und seht, dass sich die gesamte Anordnung der Möbel in eurer Wohnung verändert hat. Nichts steht mehr dort, wo es vorher gestanden hat, als ihr den Raum oder das Haus verlassen habt. Was wäre also die erste Frage, die euch hier in den Sinn kommt? Wer war das, oder? Mag sein, dass ihr die Frage anders formuliert hättet, aber im Grunde genommen sucht euer Verstand automatisch nach der Ursache für das, was ihr dort wahrnehmt. Und in diesem Fall wäre es, wer hat die Möbel verschoben? Jetzt stellt euch vor, ihr überlegt, welche Möglichkeiten in Frage kommen. Es könnte irgendein Familienmitglied gewesen sein beispielsweise. Und ich denke, diese Vermutung liegt wahrscheinlich sehr nahe. Aber im Prinzip kommt jeder in Frage, der Zugang zu eurer Wohnung hat. Jetzt kommt aber die entscheidende Frage. Wer von euch würde die Möglichkeit einräumen, dass es schon immer so war? Dass es gar keine Ursache dafür gibt, dass die Möbel anders angeordnet sind? Und selbst wenn jemand diese Möglichkeit formuliert, würde euch das tatsächlich zufriedenstellen? Ich denke, auf gar keinen Fall. Denn auf die gleiche Weise verhält es sich dann mit dem Universum. In jedem Teil des Universums nehmen wir kausale Zusammenhänge wahr. Ganz einfach ausgedrückt. Wenn es Brot gibt, muss es einen Bäcker geben. Wo ein Tisch ist, da war ein Schreiner. Und ohne einen Schuster hätte niemand Schuhe an. Wie also können wir die Kausalität bezogen auf das gesamte Universum ausschließen, wodurch jeder Einzelbestandteil des Universums an sich einen kausalen Zusammenhang in sich darstellt? Aber lasst uns mal diese rationalen Ungereimtheiten ausblenden und die Möglichkeit, dass das Universum unendlich ist, wirklich in Betracht ziehen. Die erste Frage, die wir uns dann stellen müssen, ist, wie hat man denn festgestellt, dass das Universum eben dann unendlich ist? Was ich meine ist, dass wir die tangiblen Dinge um uns herum grundsätzlich messen können. Wir können zum Beispiel messen, wie groß wir sind. Das ist mit Sicherheit eines der simplen Beispiele. Aber wir können auch elektromagnetische Wellen messen und so Aussagen über die Beschaffenheit einer Sache treffen. Wir können auch die Dauer messen, die das Licht braucht, um eine gewisse Strecke hinter sich zu legen und so errechnen, wie viele Lichtjahre anderer Galaxien von uns entfernt sind. All das können wir messen. Wie aber lässt sich in einem messbaren Universum messen, dass das Universum unendlich und damit eigentlich nicht messbar ist? Ihr merkt, das ist ein Widerspruch in sich. Und genau da sind wir auch schon beim nächsten Problem. Was ist Unendlichkeit eigentlich? Nehmen wir die Unendlichkeit als Eigenschaft tangibler, also fassbarer Dinge, denn tatsächlich wahr? Wir werden feststellen, dass die Unendlichkeit nur in einem einzigen Bereich ganz theoretisch existiert und das ist die Mathematik. Deshalb unterscheidet man auch zwischen aktualer Unendlichkeit und potenzieller Unendlichkeit. Um den Unterschied zu veranschaulichen, möchte ich über ein Gedankenexperiment von dem Mathematiker David Hilbert sprechen. Dieses Gedankenexperiment ist bekannt übrigens als Hilberts Hotel. Und worum geht es da? Es geht um ein fiktives Hotel mit unendlich vielen Zimmern. Hilbert wollte zeigen, dass es in so einem Hotel möglich ist, unendlich viele neue Gäste aufzunehmen, obwohl alle Zimmer schon belegt sind. Wie hat er das gemacht? Naja, er hat folgendes vorgeschlagen. Wenn der Gast im Zimmer 1 in Zimmer 2 geht und der Gast von Zimmer 2 auf Zimmer 4, der Gast von Zimmer 3 auf Zimmer 6, also jeder Gast seine Zimmernummer mit 2 multipliziert und dorthin geht, dann werden theoretisch alle Zimmer mit ungerader Zahl frei. Da die Gesamtzahl der Zimmer unendlich ist und das Wechseln von Zimmern theoretisch unendlich oft wiederholt werden kann, wird eine unendliche Zahl an Zimmern frei. Nun, Hilbert hat damit auf mathematischer Ebene bewiesen, dass die Zahl an Zimmern mit ungeraden Zahlen unendlich groß ist und dementsprechend die Aufnahme unendlich neuer Gäste möglich ist, obwohl tatsächlich alle Zimmer schon belegt sind. Und bei diesem Beispiel übrigens spricht man von einer potenziellen Unendlichkeit. Das heißt, auch wenn man die von Hilbert aufgebrachte Behauptung mathematisch beweisen kann, werden wir feststellen, dass in der Realität ein Hotel, das ausgebucht ist, keinen einzigen neuen Gast aufnehmen kann. Wir können also nicht von mathematischen Modellen oder Gedankenexperimenten ausgehen, um die vorliegende Realität zu beurteilen. Vielmehr müssen wir uns bei unserer Bewertung der Realität stets auf diese beziehen, weil das Universum etwas real Existierendes ist. Demnach kann man Erkenntnisse, die aus hypothetischen Prämissen mit irrealen Annahmen ergangen sind, nicht auf das Universum übertragen. Oder schauen wir uns doch einfach mal ein weiteres Beispiel aus der Mathematik an. Die Mathematik sagt uns, dass 1 durch unendlich gleich 0 ist. Das heißt also, wenn ich etwas unendlich oft teile, bleibt nichts mehr übrig. Das macht ja auch irgendwo Sinn. Wenn ich einen Kuchen halbiere, ist nur noch die halbe Masse da. Wenn ich es 100 mal teile, dann ist nur noch ein Hundertstel vom ganzen Kuchen übrig. Also, je größer die Zahl, durch die ich teile, desto kleiner die Masse des einzelnen geteilten Stücks. Mathematisch gesehen ist es so, dass wenn ich diesen Kuchen theoretisch in unendlich viele Stücke teile, jedes Teil die Masse 0 besitzt. Denn 1 durch unendlich ist mathematisch betrachtet gleich 0. Okay, und stellt euch jetzt mal vor, ihr wollt diese unendlich vielen Stücke wieder zu einem Kuchen zusammenfügen. Wie soll das funktionieren? Wie wollt ihr unendlich viele Stücke dieses Kuchens, die ja keine Masse besitzen, zusammenfügen? Und selbst wenn ihr es schaffen solltet, müsste der im Nachhinein zusammengefügte Kuchen dann nicht auch die Masse 0 haben, da es aus einzelnen Stücken besteht, welche keine Masse haben? Einfach gesagt, 1 durch unendlich ist 0. Aber 0 mal unendlich ist und kann niemals 1 sein. Und auch hier sehen wir, dass keine aktuelle Unendlichkeit vorliegt. Denn in Wirklichkeit ist ein Kuchen nicht durch unendlich teilbar und hat eine definierte Masse. Die Unendlichkeit, von der wir sprechen, bewegt sich vielmehr in einem potenziellen Raum auf hypothetisch-mathematischer Ebene. Nun, an dieser Stelle bleibt nur noch eine grundlegende Frage zu klären. Wie können wir beweisen, dass das Universum nicht unendlich ist, obwohl wir nicht das gesamte Universum wahrnehmen? Was meine ich mit dieser Frage? Ich meine, bei Dingen, deren zeitlichen sowie räumlichen Beginn und Ende wir wahrnehmen können, ist der definitive Beweis ihrer Begrenztheit faktisch ja schon erbracht. Ein Haus beginnt beim Fundament und endet beim Dach. Ein Stück Brot kann ich in die Hand nehmen und weiß genau, wo es begrenzt ist. Aber wie können wir das mit Gewissheit über das Universum sagen, wenn wir weder seinen zeitlichen noch räumlichen Beginn oder Ende wahrgenommen haben? Und das ist aber auch hier eine berechtigte Frage. Okay, die Antwort darauf ist aber relativ einfach. Aus dem Teil des Universums, den wir wahrnehmen und definitiv als begrenzt identifizieren können, schließen wir auf den restlichen Teil, der dieselben Eigenschaften und Charakteristiken haben muss. Wenn das Universum also aus Einzelbestandteilen wie Planeten, Sterne, Kometen etc. besteht und diese Einzelbestandteile räumlich und zeitlich begrenzt sind, dann kann die Summe an Begrenztem nicht plötzlich Unbegrenztes darstellen. Im philosophischen Diskurs bezeichnet man diese Vorgehensweise als Induktion. Es bedeutet im Prinzip nichts anderes, als dass ich von einem Teil auf das Ganze schließe und so zu einer neuen Erkenntnis gelange. In unserem Fall schließen wir von dem Teil des Universums, den wir wahrnehmen, auf das ganze Universum in der Eigenschaft und dem Charakteristikum räumlich und zeitlich begrenzt zu sein. Deshalb ist aus rationaler Perspektive ausgeschlossen, dass das Universum unendlich ist bzw. sein kann und den Beweis für diese Erkenntnis erbringen wir durch Induktion. Klar, an sich hört sich das auch total plausibel und schlüssig an. Es gibt aber Menschen, die diesen Argumentationstrang anzweifeln und ja auch nicht akzeptieren. Denn einige europäische Denker haben sowohl die Kausalität als auch die Induktion als erkenntnistheoretische Werkzeuge tatsächlich abgelehnt. Obwohl ihre Thesen, und das möchte ich ja schon vorweggreifen, eine absolute Beleidigung für den gesunden Menschenverstand sind, möchte ich an dieser Stelle kurz darauf eingehen, um die argumentative Stärke des Islam auf der einen Seite und die erbärmlichen Erklärungsversuche einiger aufklärerischer Denker auf der anderen Seite darzulegen. Nun, diese Denker und Philosophen haben also daran gezweifelt, ob man tatsächlich von einem Teil auf das Ganze schließen kann und auf diesem Wege zu gesicherten Wissen gelangen kann. Darüber hinaus haben sie auch die Kausalität infrage gestellt. Das heißt, sie haben die eigentliche Urfunktion des menschlichen Verstandes nach kausalen Zusammenhängen zu suchen negiert. Und für den berühmtesten unter ihnen gehören David Hume und Karl Popper. Begründet haben sie ihre Thesen unter anderem auf dem sogenannten Induktionsproblem. Nun, dieses Induktionsproblem hat Karl Popper mit seinem Beispiel von den Schwänen anschaulich beschrieben. Im Sinngehalt behauptet er, dass wenn ich 99 weiße Schwäne wahrnehme, würde ich induktiv zu dem Schluss gelangen, dass alle Schwäne weiß sind. Wenn aber der hundertste Schwan nicht weiß, sondern schwarz ist, dann ist die Erkenntnis, alle Schwäne sind weiß, falsch. Demnach könne die Induktion nicht zu gesichertem Wissen führen und sei als erkenntnistheoretisches Werkzeug ungeeignet. Das hört sich auch erst einmal plausibel und deshalb verwirrend an. Können wir uns also wirklich nicht auf den induktiven Ansatz verlassen? Klar können wir das. Denn nein, so wie er es beschreibt, ist es natürlich nicht. Denn Karl Popper hat es sich mit diesem Beispiel ziemlich, ziemlich einfach gemacht. Indem er die Farbe der Schwäne zum entscheidenden Kriterium für die Induktion machte, obwohl es durchaus möglich ist, dass Schwäne unterschiedliche Farben haben. Dass Popper falsch liegt, erkennen wir an der bloßen Tatsache, dass er versucht, die Induktion zu widerlegen und dabei unbemerkt selbst Gebrauch von ihr macht. Denn woher weiß Popper, dass sowohl die 99 weißen Schwäne als auch der schwarze Schwan alle Schwäne sind? Wie kann er diese Tiere trotz ihrer farblichen Unterschiede dennoch eindeutig als Schwäne identifizieren? Die Frage hört sich erst einmal banal an. Aber tatsächlich kann man das nur, wenn man aus den Schwänen heraus, die man real wahrgenommen hat, ein abstraktes Verständnis eines Schwans induziert. Denn sobald man einen Schwan sieht, den man vorher noch nie gesehen hat, kann man diesen dann mit der abstrakten Vorstellung, die man ja hat, verknüpfen und verstehen, dass es sich um einen Schwan handeln muss, auch wenn ich diesen spezifischen Schwan noch nie vorher gesehen habe. Und da spielt die Farbe seiner Federn auch keine Rolle. Genauso arbeitet unser Gehirn in allen Bereichen mit induzierten, abstrakten Verständnissen. Wenn ich zum Beispiel sage, der Mensch, dann meine ich doch keine spezifischen Menschen, sondern ein allgemeines, abstraktes Verständnis von Menschen, das ich aus den spezifisch wahrnehmbaren Menschen induziere. Und wenn ich dann einen Menschen kennenlerne, den ich vorher noch nie gesehen habe, dann kann ich ihn doch eindeutig als ein Mensch identifizieren. Genauso wie ein Europäer, der zum ersten Mal nach Südamerika reist. Er würde doch niemals behaupten, dass die Menschen dort keine Menschen, sondern irgendwelche anderen Wesen sind. Nein, vielmehr wird er sie eindeutig als Menschen identifizieren können, auch wenn die Menschen dort eine andere Haut oder Haarfarbe und generell ein anderes Erscheinungsbild haben als das, was der Europäer kennt. Außerdem haben die Europäer, die zum ersten Mal in Nordamerika waren, wie Kolumbus beispielsweise, die Ureinwohner nicht als Lebewesen bezeichnet, sondern als Menschen. Auch das zeigt, dass jeder Mensch von seinen induzierten, abstrakten Ideen Gebrauch macht, um sie auf neue wahrgenommene Eindrücke dann auch tatsächlich anzuwenden. Wir sehen also ganz deutlich, dass es gar kein Induktionsproblem gibt. Und wie lächerlich diese Idee ist, zeigt sich an den Beispielen, die David Hume schlussfolgert. Er sagt zum Beispiel, dass wenn ich ein Leib Brot esse und satt werde, dann kann ich keine Aussage darüber treffen, ob ein anderes Leib Brot mich in Zukunft auch satt machen wird. Er lehnt die Induktion ja ab. Und da er die Kausalität ebenso ablehnt, sagt er, wenn eine Billardkugel gegen eine andere stößt, dann können wir nicht sagen, dass die eine Billardkugel die Ursache dafür war, dass sich die andere bewegt. Das Einzige, was wir sagen können, sei, dass das Aufeinandertreffen der beiden Kugeln und ihre spezifischen Bewegungen gleichzeitig stattfinden. Nun, ich denke, ich brauche die Absurdität dieser Beispiele gar nicht erst aufzugreifen. Denn sie widersprechen offenkundig dem, was wir von dieser Welt immer jeden Tag tagtäglich wahrnehmen. Aber sagen wir einfach mal, selbst wenn wir die Kausalität und Induktion tatsächlich mal ausblenden und so tun, als gäbe es diese beiden Dinge gar nicht, dann merken wir, wie destruktiv und zerstörerisch dieser Gedanke ist. Und genau das möchte ich euch an einem weiteren Beispiel, und zwar an dem Beispiel eines Mörders einmal aufzeigen. Stellt euch also einmal vor, ein Mörder äußert seine Absicht, jemanden mit einem Messer zu töten. Da wir die Induktion ablehnen, gibt es keinen vernünftigen Grund, ihn aufzuhalten. Wir können ja gar nicht mit Gewissheit sagen, ob dieses spezifische Messer, das er verwendet, sein Opfer wirklich verletzen oder gar töten könnte. Nur weil wir wahrgenommen haben, dass andere Messer dies getan haben. Denn dies wäre ein induktiver Schluss, den wir ja nicht ziehen dürfen. Oder gehen wir mal weiter. Stellt euch vor, jemand hat diesen Mord bereits begangen. Wir könnten ihn gar nicht als Mörder bezeichnen oder diesen Menschen gar bestrafen. Warum? Denn wir negieren ja kausale Zusammenhänge. Also können wir nicht sagen, dass er jemanden getötet hat. Wir können nur sagen, dass das Eindringen seines Messers in den Bauch des Opfers und das Eintreten seiner Verletzung gleichzeitig aufgetreten ist. Aber daraus könnten wir noch lange keinen kausalen Zusammenhang ableiten. Liebte Muslime, ich hoffe, ihr merkt, wie absurd das Ganze ist. Und wenn wir den Gedanken etwas weiter spinnen, dann wäre vieles von dem, was wir kennen und für selbstverständlich halten, ohne Induktion und Kausalität gar nicht möglich. Rechenschaft, Verantwortung, Strafe, Recht, Moral und Wissenschaft, all das und noch viel, viel mehr hätte dann überhaupt gar keine Bedeutung bzw. wäre ja gar nicht möglich. An dieser Stelle muss ganz klar gesagt werden, in Wahrheit sind Kausalität und Induktion zwei Werkzeuge, mit denen wir tagtäglich arbeiten. Ein Mordkommissar, der zum Tatort kommt, wird sich unweigerlich auf die Suche nach dem Tathergang machen, um den Mörder zu finden und ihn zu bestrafen. Niemand, der auch nur einen Funken an Vernunft besitzt, würde in so einer Situation die Existenz, eine Ursache für den Mord abstreiten oder gar negieren. Auch die Induktion wenden wir wahrscheinlich unbemerkt in so vielen Situationen unseres Lebens an. Die Erkenntnis, dass wir sterben werden beispielsweise, woher gelangen wir zu dieser absoluten Erkenntnis? Absolut daher, weil niemand wirklich behaupten wird, unsterblich zu sein. Aber woher wissen wir das denn so genau? Denn ich meine, wir leben ja noch. Das heißt, obwohl wir nicht gestorben sind, können wir mit absoluter Gewissheit sagen, dass wir irgendwann in der Zukunft unweilig sterben werden. Nun, auf diese Erkenntnis gelangen wir induktiv, da wir andere Menschen sterben sehen und so nicht nur auf uns, sondern auf die gesamte Menschheit schließen. Nach genau demselben Prinzip können wir aus einem Teil des Universums, Glüftungsliebe, auf die Begrenztheit des Gesamtuniversums schließen, auch wenn wir nicht das gesamte Universum wahrnehmen. Genauso wie wir unseren eigenen Tod und den Tod aller anderen noch lebenden Menschen nicht wahrnehmen und trotzdem wissen, dass er eines Tages eintreten wird. Zusammenfasst können wir also sagen, aus rationaler Perspektive ist es nicht möglich, dass das Universum unendlich ist. Denn die Summe aus Begrenztem kann nicht unbegrenzt sein. Dass der induktive Schluss gültig ist und zweifelsfreie Ergebnisse liefert, haben wir auch bewiesen und die Gegenposition ganz klar widerlegt. Demnach steht fest, dass das Universum wie alles in ihm einen Anfang und ein Ende haben muss und dass seine bloße Existenz verursacht ist. Es bleiben also nur noch Möglichkeiten zwei und drei. Entweder also hat sich das Universum selbst verursacht oder es wurde von einer externen Ursache hervorgebracht, die wir ganz zu Anfang aufgeführt haben. Aber der Widerlegung dessen, beziehungsweise die Formulierung, die Beschreibung dessen, widmen wir uns inshallah in kommenden Videos. Inshallah hat euch das Video gefallen und ihr konntet die Widerlegung der Behauptung, dass das Universum unendlich sei, nachvollziehen. Wir werden inshallah noch auf die weiteren Aspekte in Bezug auf diese Thematik eingehen. Deswegen abonniert unseren Kanal und vergesst nicht die Glocke, dass ihr immer up to date seid. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bis zum nächsten Mal.